So, hier haben wir jetzt dann eine Beach Street mit kleiner Küche hier, dann hier der Wohnbereich, dann ist hier der Schlafbereich, wieder mit kleinen Begeber und Kleiderschrank. Und dann ist hier das Bad, wieder mit zwei Waschwecken, Badewanne und einer begehbaren Dusche. Und dann ist hier vorne der direkte Meerblick. Und dann hat man hier, das ist ganz, ganz toll in der Beach Villa, hat man hier zwei Liegen direkt auf seiner Terrasse mit eigenem Zugang zum Meer. Das ist die Beach Street im Sheraton Summer Bay. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, schaut euch einfach unsere Videos an oder drückt unten auf Gefällt mir, dann werdet ihr immer informiert, so wie neue Videos online sind. Auf.